Versuche dir vorzustellen, wie es sein wird, einzuschlafen und nie mehr aufzuwachen. Nun stell dir vor, wie es war, aufzuwachen, ohne je eingeschlafen zu sein, wie zum Zeitpunkt deiner Geburt. Es gibt ja so manche Spiele, die ziehen einen sofort in ihren Bann und dieses ist definitiv eins davon. Guckt euch einfach mal diese wunderschöne Welt an und wie schön das hier alles animiert und gezeichnet ist, das sieht doch einfach nur grandios aus. In diesem Spiel muss man nicht nur laufen, sondern auch gleiten und fliegen und das durch eine atemberaubende Landschaft, wo es aber auch darum geht, Rätsel zu lösen in den verschiedensten Ruinen, in dieser zerfallenen Utopie und die Geschichte des letzten, noch lebenden Menschen aufzudecken. Wir sind hier allerdings in einer friedlichen Welt, trotzdem haben wir viele Abenteuer, es gibt aber auch einige Erkundungen und Meditationen. Im Laufe unserer Reise verbessern wir nach und nach unser Jetpack, das hier auch Sephir genannt wird. Wir katapultieren uns dabei immer weiter in die Luft, bis wir frei im Himmel fliegen können. Wir haben ja eine atemberaubende Welt aus Seen, Wiesen, aber auch Bergen und Überresten einer längst untergegangenen Zivilisation. Willkommen in Europa. Das Spiel erscheint heute für den PC und die Nintendo Switch. Das Spiel erscheint heute für den PC und die Nintendo Switch.